Gerd, wir suchen eine Sitzgelegenheit für die Expositionsmaßnahme nach Drabier und natürlich sollte diese Sitzgelegenheit auch für Sie bequem sein. Ja, ist mir persönlich ein bisschen zu hart. Kann es denn auch moderner sein? Ja, bitte nicht, bitte, bitte nicht, das ist... Gerd. Hallo? Ja. Der, der ist ganz schön. Gerd, das ist kein Stuhl. Ja. Der ist es, Hanno. Der ist richtig gut. Oh ja. Ist der von Origella oder was? Das ist von Corbusier. Ist funktional, ist bequem. Bequem? Stellen Sie sich doch nicht so an. Ich glaube, das ist für unsere Zwecke ideal. Gerd, greift schon. Ne, ne. Brauche ich gar nicht drin sitzen, habe ich jetzt schon. Düsseldorf. Ja, den nehmen wir. Sehr, sehr schön. Der steht nächsten Donnerstag bei uns in der Praxis. Ja, da ist es. Vielen Dank.